Guten Tag, heute sind wir bei Tag 9 unserer Vorbereitung fit mit Ulle und widmen uns heute dem Thema Überwinden von Hindernissen und wir haben da einige Bedenken aber es wird schon. Ja 800 Kilometer ist ja mal kein Pappenstiel und da wird das eine oder andere Hindernis auf mich zukommen und ich hoffe, Olaf als, wie sagt man dann, Parcourspädagoge, da ist er mit mehreren P's in dem Wort. Du kannst auch einfach Pädagoge sagen, das dürfte eigentlich alles abdecken. Das wirst du wahrscheinlich im Hall hören, wenn ich den Berg runterfalle. Ja okay, zeig mir mal die wichtigste Variante, die ich zu beachten habe, um jetzt Hindernis zu überstehen. Ulle, du musst die Hände in Position halten und ausbalancieren. Ja, was ist doch Position, was ist denn jetzt bei dir Position? So, jetzt hat er verloren. Gut. Ja, und immer weiter, einfach locker aus der Höchststelle. So, weiter, 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 bis du gerade stehst. Auf beide Seiten stellen. Genau. So? Ja. Das wird doch aus dem Jakobsweg. Kann ich die mal halten? Das klappt schon. Auf dem Jakobsweg ist das noch viel anstrengender. Und jetzt? Und jetzt musst du rüber. Mal die Waden durchdrücken. Oh, ich habe mich doch hier nichts noch festgehalten. Ja, dann musst du dich so trauen. Dann musst du dich einfach mal vertrauen. Gibt immer einen Ruck. Aua. Du hast alle Teile von Drunken Master gesehen. Das muss flupp. Gesehen, aber nicht nachgemacht. Das geht doch so gar nicht. Aber es gibt doch am Jakobsweg bestimmt auch Strecken. Wenn du ohne Seite zurechtkommst. Nein. So, Boski. Ja, was denn jetzt? Du hängst jetzt von der höchsten Weinrebe abgestürzt in deinem Fallschirm und musst dich befreien, bevor die Kakerlaken dich fressen. Die schnappen schon nach dir. Das heißt, für dich, du musst an dieses Messer kommen. Ja, aber ich werde dem Jakobsweg niemals mit dem Fallschirm in den Baum hängen. Du weißt nie, was dir passieren kann. Ja, aber mein Seil ist jetzt nicht länger. Oh, schock ich. Oh, ich komm jetzt mit der anderen Hand herange. Das ist nicht mein Problem. Ich häng doch nicht da. Das ist doch völliger Quatsch. Das wird doch niemals mit dem Fallschirm im Jakobsweg hängen bleiben. Kannst du mir nicht was anderes, was normales, wenn ich jetzt über so einen anderen Pilgerer stolper, so was habe ich gedacht. Oder ich bin jetzt ausgetrocknet nach 100 Kilometern. Aber mit dem Fallschirm, das ist doch völlig überzogen.